Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen Freitagmorgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Erstmal vielen, vielen Dank gestern für den ersten Livestream. Ich glaube, seit sechs oder sieben Wochen hat wieder richtig Bock gemacht, viele Fragen beantwortet, viel auf die Charts eingegangen. Also vielen, vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich dabei habt. Ich hoffe, es hat auch für euch gestern gepasst. Ab sofort jetzt dann wieder jeden Donnerstag, 19 Uhr. Also ich denke, 19 Uhr auf jeden Fall. Livestream-Zeit war richtig fett gestern. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Ansonsten Bitcoin, wenig Bewegung, 19.750 US-Dollar. Auch hier hat sich seit gestern wenig getan. Wir haben ja schon die letzten Tage immer über diese kleine Ineffizienz oder über dieses Void gesprochen. Ob meine Order noch drin ist oder nicht, das erfahrt ihr im heutigen Video oder generell, wie es weitergeht. Außerdem schauen wir uns ein bisschen Ethereum an, aber nicht zu viel. Aber da gehen wir dann gleich nochmal näher drauf ein. Ansonsten, wenn euch das Video gefällt, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, klickt auf die Glocke. Dann werdet ihr noch zusätzlich benachrichtigt. So, so viel dazu. Wie gesagt, 19.750 US-Dollar traden wir momentan. Wir haben gestern diese Ineffizienz genau auf den Punkt geschlossen, wo wir darüber gesprochen haben. Klar, ich habe in die Telegram-Gruppe geschrieben. 19.600. Hat aber den Aspekt, man sollte nie direkt auf diese Ineffizienz irgendwie dem Order oder so legen. Es kann immer sein, dass die um ein paar Dollar je nach Börse dann nicht abgeholt wird. Also deswegen lieber ein bisschen höher. Das waren ungefähr 100, 150 Dollar drüber. Aber gut, was ich so mitbekommen habe, viele sind dort long gegangen. Meine Order, muss ich dazu sagen, war bei 19.750, lag aber an Femex. Da anscheinend Liquiditätsprobleme. Deswegen wurde die Order, die eigentlich auf 19.6 lag, irgendwie später abgeholt. Oder ein bisschen zu früh, keine Ahnung, woran es lag. Aber das nur zur Info. Also trotzdem, die Gegenreaktion gefällt mir momentan nicht wirklich. Wir sind immer noch unter den 1-Stunden-E-Mail-Ribbons. Die drücken uns hier deutlich nach unten. Ziel ist eigentlich auf jeden Fall hier diese 19.970. Auf jeden Fall wäre gut, wenn wir uns die abholen. Und hier habe ich dann jetzt auch erst meinen ersten Take-Profit schon mal hingesetzt. Relativ zeitnah. Weil die Bewegung mir ehrlich gesagt nicht gefällt. Ineffizienz wurde geschlossen. Klar, wurde gut aufgekauft mit relativ hohem Volumen. Dann nochmal so ein kleiner Week nach unten. Aber seitdem haben wir wenig Bewegung. Wir haben auf den 1-Stunden- und auf den 4-Stunden-Chart eine Bullish Divergence mittlerweile vorliegen. Die hat aber noch nicht so wirklich gezündet. Also meine Order ist auf jeden Fall noch offen. Ich habe da auch noch nichts dran geändert. Trotzdem werde ich das jetzt genau in den nächsten Stunden erst einmal beobachten. Werde euch dann in der Telegram-Gruppe auf jeden Fall nochmal ein Update dalassen. Sollte ich die Position doch ein bisschen eher schließen. Aber momentan ist sie auf jeden Fall noch offen. Auch wenn mir so diese Gesamtbewegung nicht wirklich gefällt. Was haben wir dann gestern noch im Livestream gemacht? Mal FIP-Level gezogen. Um die Widerstände nach oben ein bisschen zu erkennen. Und da können wir sehen, okay wir hätten theoretisch das Golden Pocket bei ungefähr 21.600, 21.500 US-Dollar liegen. Glaube ich aber nicht, dass wir uns das abholen. Also so Bullish bin ich dann auch wieder nicht. Ich denke eher so Maximum bis ungefähr 20.700 bis 21.150. Das könnten wir erreichen, wobei das echt schon optimistisch gestaltet ist. Also ich gehe momentan nicht von so einem riesen Wig nach oben hin aus. Es deutet zumindest auch was bei den traditionellen Börsen und so. Nichts darauf hin, dass wir jetzt hier einen enormen Pump nach oben hin sehen. Trotzdem mal das FIP gezogen und einfach mal beobachten. Ansonsten eigentlich relativ bearish alles. Also wie gesagt, die Reaktion da unten nicht wirklich befriedigend jetzt für unsere Situation. Klar, ich hätte mir gewünscht ein bisschen mehr Volumen, dann doch so einen kleinen Abtrendkanal zu bilden. Aber das ist eher so ein bisschen eine Seitwärtsphase, so im Niemandsland momentan. Gefällt mir einfach nicht. Schauen wir nochmal kurz auf den 4-Stunden-Chart. Auch hier mittlerweile so eine minimale Bullish Divergence, die sich hier ausgebildet hat. Wollt wie gesagt gefüllt. Der Trend wurde gebrochen. Den mal im Blick behalten. Da sind wir jetzt auch wieder rejected worden. Also den auch mal genau im Blick behalten, ob wir da wieder rüberkommen. Vielleicht eine Bestätigung sehen. Und dann könnten wir wirklich die 20.700 US-Dollar erreichen. Aber gut. Was auf jeden Fall langfristig weiterhin gilt, ist die Marke zwischen 17 und 17.5. Das ist die Marke, die ich schon die letzten Wochen immer wieder mal ausgerufen habe. Die auf jeden Fall im Blick behalten. Einerseits für Spot, andererseits für Long Orders. Gestern auch im Livestream nochmal drüber gesprochen. 15 bis 16k wäre dann so die nächste Spot Area, beziehungsweise die nächste Long Area. Und wenn wir ganz, ganz bearish sind, 11 bis 14k. Das ist so, ich sage jetzt mal die größte Position, wo ich da unten geplant habe. Auch was Spot und sowas anbelangt. Vorher immer klar ein bisschen nachkaufen. Aber hier unten liegt dann doch, sage ich mal, das meiste Kapital in dieser Region. Sollten wir da überhaupt hinkommen. Aber man sollte sich auf alles gefasst machen. Deswegen warten wir jetzt erst einmal hier ab. Wie gesagt, auch hier die 4 Stunden EMA Ribbons bearish geflippt. Da müssen wir auch erstmal drüber kommen. Die befinden sich momentan bei ungefähr 20.400. Das ist dann schon in unserer Region von den 20.700, die wir gerade eben angesprochen haben. Gut, mehr gibt es da nicht. Dann Ethereum können wir uns mal noch ganz kurz angucken. Aber da bin ich ganz ehrlich, lasst die Finger davon. Weder Trading noch Spot. Ich habe es gestern gesagt, Ethereum bin ich schon etwas länger vor ein paar Wochen ausgestiegen. Einfach aufgrund des Merge-Effekts. Viel, viel Hype wiederum. Es war eigentlich relativ klar, dass an dem Tag oder irgendwann ein paar Stunden später irgendwann der Dump folgt. Das haben wir jetzt im Endeffekt auch bekommen. Gestern kurze Erholung nochmal bekommen und danach kam der Dump um teilweise 13% nach unten hin. Auch hier warte ich jetzt erst einmal. Das heißt, ich werde jetzt nicht in irgendwelche Long-Positionen hier reingehen, auch wenn hier Bullish Divergence oder sonstiges vorliegt. Ich warte hier erst einmal, weil ich mir wirklich einen Dump auch noch vorstellen kann in die Region zwischen 1200 und 1300 US-Dollar. Wir müssen jetzt erstmal ein paar Tage warten, bis sich das eingebürgert hat, wie dieses ganze Verhältnis oder wie das jetzt alles weiterläuft. Ob das funktioniert, ob es angenommen wird. ETC zum Beispiel, also Ethereum Classics sind schon viele Miner rüber. Raven Coins sind viele Miner rüber. Und ich glaube, gestern im Stream haben wir noch irgendwas angesprochen. Ergo oder so. Also da lasse ich momentan die Finger davon. Auch hier sind wir zwar momentan in der Support Zone. Wir haben noch nicht ein Lower Low gebildet, sag ich mal, hier drüben. Aber trotzdem, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es hier nochmal tiefer geht. Aber ich möchte jetzt ehrlich gesagt hier auch nicht näher drauf eingehen, um euch nicht hier irgendwie Hoffnung zu machen. Um euch nicht ein bisschen zu bearish zu machen. Ich sehe das momentan ein bisschen neutral. Ich warte hier einfach ein paar Tage ab, bis sich das Ganze ein bisschen beruhigt hat. Und dann schauen wir weiter. So, dann schauen wir mal ganz kurz ins letzte Video. Was wurde sich da gewünscht? Und zwar hat Miets28 sich zum Beispiel Link und Uni gewünscht. Können wir uns jetzt gerne mal im Video jetzt anschauen. Machen wir jetzt auch gleich. Also Chainlink hatten wir gestern auch schon im Livestream drüber gesprochen. Schön in der 4-Stunden-Demand-Zone. Erster Mal ein Halt gemacht. Seitdem auch wieder deutlich wieder angestiegen. Mit relativ viel Volumen. Hier haben wir zum Beispiel eine schönere Bewegung als bei Bitcoin. Sehen wir auch ganz gut. Volumen ist reingekommen. Hier nochmal ein Retest dieser Zone. Die Ineffizienz wurde noch nicht ganz geschlossen. Also da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Puffer. Trotzdem jetzt hier noch zu longen würde ich ehrlich gesagt nicht empfehlen. Dann eher lieber nochmal einen kleinen Short-Entry versuchen. Hier oben in dieser kleinen 4-Stunden-Supply-Zone können wir mal im Auge behalten. Jetzt in den nächsten Stunden langfristig bin ich da aber ein bisschen Hype da drauf. Also ganz ehrlich, wir haben hier einen schöneren Trend vorliegen. Abtrend immer wieder getestet worden. Also schön immer akkumuliert, akkumuliert. Und der Trend ist auch weiterhin intakt. Also das gefällt mir auch. Der kurzfristige Trend können wir uns mal hier angucken. Noch nicht re-getestet. Also wir haben hier auf jeden Fall noch Luft. Also Chainlink gefällt mir besser als so dieser Gesamtmarkt momentan oder Bitcoin. Ansonsten gehen wir mal kurz auf die Nachkauf-Level. Sollten wir noch ein bisschen dumpen ein. Würde hier bei ungefähr 5,90 bis 6 Dollar liegen. Und im Worst-Case-Verfahren hier bei ungefähr 5,00 bis 4,80 Dollar. Dann schauen wir uns noch Uniswap an. Auch hier schön erstmal noch diesen Support getestet. Nur umso öfter wir diesen Support testen, umso öfter halt auch hier immer eine Gegenreaktion erfolgt, desto schlechter eigentlich. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, Volumen hier drüben noch enorm krass. Und jetzt immer weiter abflachen. Jetzt kaum noch Volumen. Also ob die Unterstützung hier wirklich noch lange hält, wage ich zu bezweifeln. Und dann müssen wir uns eher hier an diese Wicks hier unten andeuten bei 5,20 Dollar. Das ist so die nächste Region, wo wir vielleicht einigermaßen Support hier reinkriegen sollten. 5,00 bis 5,20 Dollar. Und dann hier eventuell überlegen, ob wir hier eine mögliche Long-Position aufbauen. Aber momentan an diesem Support mit den bearischen EMA-Rooms auf den 1-Stunden-4-Stunden-Chart. Die 200 der SMA und EMA kommen jetzt auch langsam hier runter, wo auch nicht standen gehalten hat. Bin ich da auch eher für nochmal so einen kleinen Dump in diese Region hier runter. Müssen wir aber beobachten. Ansonsten gibt es charttechnisch wenig zu sagen. Freitag ein bisschen mehr Volatilität kann ich mir schon vorstellen. Vor allem Richtung Nachmittagabend, wenn die US-Börsen nochmal aufmachen. Trotzdem lieber ein bisschen Seitenlinie. Wir gucken, was jetzt einfach mit der Long-Position passiert. Ansonsten werde ich euch natürlich in der Telegram-Gruppe ein Update dalassen. Und was gibt es noch? Kleine Ankündigung. Sonntag wird jetzt regelmäßig, also wir versuchen im 2-Wochen-Rhythmus mit Trading on Air, Livestreams zu machen. Das heißt Sonntag statt einem Analyse-Video gibt es dann Livestream. Mit deren Community, mit unserer Community, also mit meiner Community. Und das dann immer auf den jeweiligen Channel. Also diese Woche bin ich dran. In 2 Wochen oder je nachdem wie oft wir das dann machen. Auf dem anderen Kanal. Freut mich auf jeden Fall, dass das so dann auch funktioniert. Wenn ihr dabei sein wollt, einen Link werde ich euch dann heute Abend oder morgen früh reinschicken. Die Jungs werden das auch noch bekannt geben. Und ja, soviel dazu. Dann Crypto-Guru-News. Index der Kryptungs-Währungseinführung. Diese Länder sind führend. Interessanter Artikel, einfach mal um zu sehen, welche Länder sind auch wirklich kryptoaffin. Nehmen es auch an, benutzen es. Also lest euch gerne den Artikel durch. Ansonsten würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir hören uns dann am Sonntag, wie gesagt, zu dem Livestream. Frühs wird er wahrscheinlich sein. Hören wir uns dann wieder. Bis dahin. Lasst euch nicht racken oder sonstiges. Wir hören uns. Schönen Start ans Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Krypto. Stay Krypto. Stay Krypto. Vielen Dank.